Hallo meine Freunde und damit Willkommen zurück zu The Last of Us Ja Leute, wir sind jetzt hier gerade auf der Suche nach Riley, die ja abgehauen ist Warum sie auf jeden Fall so depressiv plötzlich geworden ist, weiß ich nicht Ähm, eigentlich haben wir mehr Grund zum depressiven Sauer sein auf sie, dass sie einfach abhaut Ähm, ja, das finde ich nicht so okay Jetzt ganz viele Puppen, ich glaube das ist nie ein gutes Zeichen Oh, Aggression am Start Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund sauer auf mich zu sein Ich bin sauer auf dich Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber Ich versuch's Hm, apropos Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst Dafür hätte man mich fast erschossen Überraschung Okay, da würde ich mich auch ein bisschen mies fühlen, ehrlich gesagt Okay Zuerst Mach ich dich fertig Und dann reden wir Mach dich auf eine Dusche gefasst Mal sehen, was du drauf hast, Firefly Oh 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 Wir können spielen, ja Okay, wie funktioniert das? Also man kann so aufladen, okay Verstehe Jetzt Ich glaube, ich kassier grad richtig Oh Mann Platsch Ich hab dich voll erwischt Was? Das war kaum ein Streifschuss Du drehst Okay Du zählst bis fünf Ich versteck mich und dann jagen wir uns Wer zuerst getroffen wird, verliert Schön Schließ die Augen Eins Zwei Drei Vier Fünf Ich komme Okay, jetzt müssen wir sie suchen What the fuck Und zuerst treffen Wir haben vorhin ganz schön kassiert, muss ich sagen Aber Diesmal werden wir gewinnen Ich kann sie nicht noch einmal davonziehen lassen Das geht nicht Ähm Was ist das für ein Geräusch? Das sind die kaputten Fernseher Öh, hab ich dir das auch gehört? Scheiße, Alter Geh dich verstecken Eins Zwei Drei Vier Fünf Du bist tot Okay, jetzt erstmal schon vorladen Ich glaube, das macht den meisten Sinn Das habe ich vorhin ein bisschen verkackt Wieder aufladen Aber ich glaube, jetzt habe ich es raus So Komm Riley, zeig dich Ich habe Bock, dich nass zu machen Ja, okay Es klang anders, als es eigentlich klingen sollte Riley Hallo Ist da jemand? Bitte? Es ist nicht ganz so easy Irgendwann sie sagen Also Warte, ja, ja, ja Jetzt sehe ich sie Alrighty Ich bin geduckt Okay Habe ich sie getroffen? Nice Gibt's doch nicht Eins zu eins Der Nächste entscheidet Okay Freu dich ja nicht zu früh Jetzt zählt's Okay Los Eins Zwei Fünf Versteckt oder nicht? Ich komme Asozial Asozial Aber kleine Mädchen Generell keine Kinder Die sind immer so So Und nein Ich habe keine Erfahrung Mit kleinen Mädchen Nein, habe ich nicht Einfach Damit ich Oh Woher kommt der Schatten? Ah, das ist wahrscheinlich So ein Mobilier am Dach, ne? Ich dachte schon Egal, ähm Nee Einfach Falls es falsch geklungen Haben soll Ja Nee Ist nichts Riley, Riley, Riley Wo bist du denn Nur hin? Ich kann Dich nicht finden Aber ich werde dich Sehen Ach, ich sehe dich Riley, Riley Nein Okay Erwischt Ich habe gewonnen Erwischt Ich habe gewonnen Okay, was soll's Das war reines Glück Glück? Ja Aha Willst du nochmal? Ich Ja, aber Du musst wieder zurück Ich muss wieder zurück Okay Gut Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon Dann komm, ich hole meinen Rucksack Oh Sad moment Hey Also Das kam vorhin blöd rüber Aber Ich hab's echt so gemeint Du solltest gehen Das ist etwas, was du schon immer wolltest Seit Du weißt schon Seit Ewigkeiten Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das Nein Bitte geh nicht Ich werde dich so furchtbar vermissen Ich komm klar Du kommst klar Und wir werden uns wiedersehen Verhalte du sie besser Ich kann mit denen nichts anfangen Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar Zeig mal her Hier Was ist drin? Das Band von dir Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen Klappe Lass liegen Komm mit Was soll das werden? WhatsApp Was hast du? Nicht jetzt? Komm her Schwing deinen Arsch hier raus Wo war's? Alba Komm schon Was ist denn? Hey Was ist los? Bitte geh nicht What the fuck? Okay Okay Das ist unerwartet Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein Aber ich fürchte Marleen spielt da nicht mit Okay Okay Das war so offensichtlich Holy shit John 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 ja okay wir haben das mit der jetzt um gefunden quasi dann müssen wir jetzt erstmals zu schulen soviel war es eigentlich schon mal aus der vergangenheit ich bin jetzt echt gespannt was da passiert aber das sehen wir im nächsten fall haut raus bis dann bleibt sauber